Ja, in irgendeinem Kabelbinder drin? Ich habe richtig sauer erlebt, wie viel Schmerz. Die haben uns ja sogar verfolgt. Dann standen wir da hinten, dann kommt der und sagt, ich freu mich mal so, wo wollen wir jetzt noch hin? Sag ich so, sagen wir mal, wir aufschieben so, ne? Wir verfolgen uns hier die ganze Zeit und dann fragen wir, wie wir wollen. Haben wir hier irgendwas gemacht oder so? Sind wir verdächtig? Ja, er hat ja nur ganz normal gefragt. Ganz normal gefragt haben sie nicht. Das war schon ganz normale Frage. Wie man da stand so, ne? So diese Geste allein. Ja, vor allen Dingen erst war alles gut, ne? Und dann kommt der irgendwie... Tja, der nächste Ballon. Ja, voll! Ja, voll! Das ist der Kreml, der macht den Baum. Oh, Mann! Und? Auch. Genau! Pfuii! Bürger begehren! Gucken alle hoch. Ja, sag ich doch. Am besten ist, wenn wir das gleich zusammen machen, dann gucken wir nämlich alle schön hier hoch und sind dann nicht mehr da unten aufmerksam. Der ist jetzt relativ krank. Der mit Kraft. So, der ist da unten. Volker! Ich könnte mir vorstellen, dass er hier irgendwo steht, im Hintergrund. Volker? Hast du schön deine Fotos gemacht? Ja, die werden natürlich aussortiert. Ich hab schon so ein Foto erhebt. Er hat alles fotografiert im Buch. Wir können jede Presseerklärung mit möglichen Stück. Ja, das ist doch ein Foto. Ja, das ist doch ein Foto. Ja, das ist doch ein Foto. Du hast 30.000 Euro. Ja, das ist doch. Ja, guck mal, steigen rein. Ja. Ich fotografiere ja alles und nichts. Ja. Ja. Ich hab's nicht am Samstag zu ziehen. Ja. Ich kann mich immer ein, ich kann mal eine Ordnung dazu sagen. Ich hab's nicht zu sagen. Ja, das ist doch ein Foto. 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 Vielen Dank.